Wir sind Magdeburg, wir sind im Tor, ganz für euch! Eine Testspielreise, fast versunken im Chaos oder im englischen Regen. Der 1. FC Magdeburg reist auf die Insel. Torwart Jan Glinker fährt mit dem Auto, Flugangst. Doch dann die gute Nachricht, das Happy End. Die Mannschaft reist doch noch zum Spiel gegen die Bolton Wanderers an. Die Fans feiern ihr Team und ganz speziell Torwart Glinker mit einer ordentlichen Portion englischen Humor. Untertitelung des ZDF, 2020